so ein workshop ist vor allem dafür dieses nötige wissen einfach kennenzulernen zu wissen wann man wohin muss mit welchen techniken man angeln muss und wie man eigentlich an diesen big fish rankommt und das geht nicht ohne wissen über den fisch und man kann nicht erwarten dass immer bei einem workshop viele fische fallen oder überhaupt fische fallen man kann in deutschland sehr glücklich sein wenn man aktion hat nachts vielleicht zwei drei aktionen das ist schon mal positiv ja man kann sagen zu diesem workshop im endeffekt er war sehr erfolgreich trotzdem wir haben nicht ganz so viel gefangen aber wir haben sehr viel kenntnisse gemacht und ich habe in der woche zuvor es ist jetzt freitag also fünf tage nach dem workshop meldungen bekommen von micha und thomas die haben an den gleichen sports gefischt mit den gleichen techniken um haben in der woche jetzt zweimal zwei meter geknackt ja ich füge mal die fotos hier oben ran guckt euch das an mega geile dicke bollen direkt mit den techniken die wir erlernt haben sogar an den gleichen spots was will man mehr und jetzt lasst uns einfach mal den film gucken und schauen was wir gelernt haben moin moin hier ist wieder du die von der ausleger und heute bin ich wieder auf workshop diesmal an der wunderschönen oder und ja erstmal aufbauen alles dann mal schauen was wir machen ich habe quasi drei teilnehmer dieses mal zwei nächte wir haben uns jetzt ein bisschen den fluss hier angeschaut und ich würde wieder mal sagen dass ein bisschen flacher ist momentan nicht schlecht wir hatten kälteeinbruch jetzt geht es wieder hoch auf 15 16 grad wir haben uns jetzt hier einen bereich ausgesucht der ja relativ gerade ist vielleicht ein bisschen außen kurve aber ganz leicht nur tiefen bis meter 80 zwei meter leichte strömung die benachbarten abschnitte sind relativ flach oder flacher der hauptström hier teilweise nur 50 cm also ist gerade wirklich tiefstand und schauen wir mal was geht ich nehme dich auf jeden fall später mit jetzt erst mal aufbauen aron ich habe die montage gerade gelegt wir wollen noch die schnur um lenken jetzt bin ich noch mal kurz zurückgefahren um zu zeigen wo die ist wir sehen ja hier direkt die strömungskante quasi wo sich die strömung bricht an der bohne die schnur geht direkt hier von innen in der bohne quasi hier unten in die strömung rein hier sieht man auch direkt wie gesagt ich muss neben mir wenn ich jetzt mal daneben fahre hier kann man wunderschön den aufbau einer bohne sehen also von vielen boden wo hier auch die meisten fehler passieren das ist kein fehler im sinne davon dass dort gar nichts funktionieren würde aber es ist jetzt einfach zu der zeit nicht die passende strategie das ist jetzt quasi das tiefe gut noch das aus der ausgespülte bereich da liegen wir hier so bei ungefähr zwei meter dann geht es wenn wir richtung ohne fahren wieder ein stückchen hoch das ist noch nicht die bohne die aufbaut die kommt nämlich erst ein paar meter später und zwar hier sieht man es ganz gut während das bohnenloch zwei meter hat hat das spitz von von der bohne gerade mal 1,3 meter und hier legen wir direkt den stein hier ist der bohnenkopf von hier kommt die strömung und dann befischen wir den gesamten bereich hier wunderschön so wir haben jetzt schnell umdisponiert haben noch mal schnell ein bumerangrick ran gebastelt einfach hier mit einem mit einem stabilen sprengring xh ja und das vorfach ist das gleiche kam auf tornado einen wunderschönen guten morgen petri den empfänger wir haben jetzt den fisch rausbekommen der uns wahrscheinlich gestern den fehlbiss verursacht hat wir haben jetzt mit bumerang gefischt und dadurch hing der ganz gut trotzdem relativ spitz am drilling aber fisch ist wir haben guten meter aber so die sachen sind gepackt ab jetzt wir haben zwölf uhr jetzt suchen wir uns ein spot neuer spot neues glück wir haben jetzt 19 uhr das heißt perfekt um die würmer auszulegen wir haben jetzt eine tiefere außen kurve angesteuert somit tiefen bis ungefähr drei metern mit relativ großen boden mit flachwasser bereichen schauen wir mal ob etwas bringt wir hatten jetzt drei aktionen mal gucken was noch kommt vielleicht auch ein bisschen größer eine joker route lassen wir uns nicht nehmen und zwar haben wir hier eine alte zerstörte buhne die naja vor dieser buhne mal hier stand und die wurde früher wurden die noch so mit holzfälen aufgebaut das sieht man hier ganz gut und was wir hier haben ist quasi ein altes buhenfeld was total strömungsberuhigt ist und entsprechend haben wir hier eine richtig fette krautkante ja das geht von von hinten bis nach vorne über die alte buhne gezogen und geht da hinten weiter ja und was werden wir machen wir haben uns jetzt einfach hier ein ausleger genommen an so einem alten pfahl festgemacht und dann werden wir vorne direkt an der kante vom kraut auf ungefähr 1,50 meter ist das werden wir dort ein schönes tauchungbündel anbieten an der krautkante mit einer pose dass es immer schön über wasser bleibt und hoffen das ist eigentlich so ein platz der fast ein garant für einen kleinen fisch ist weil in diesem kraut ist ohne ende klein fisch am start und gerade die kleinen waler lassen sich das nicht nehmen und normalerweise müsste hier was gehen so die abgespannte montage sitzt jetzt ist wie gesagt hier vorne an dem poller festgemacht die montage ist perfekt präsentiert hier vorne ist die krautkante die sich hier so lang zieht ich versuche das mal zu zeigen und das vorfach das vorfach ist direkt hier an der krautkante präsentiert einfach ein bisschen tiefer tauchen um zu merken dass die montage frei ist ja direkt an der krautkante die pose ist einfach nur dafür da das falls es mal hier beim auslegen ein bisschen schlaffer ist dass die montage nicht auf dem boden geht weil da ist auch alles voll mit kraut der wirbel ist aus dem wasser gespannt spiralwirbel mit so einem kleinen solid ring zum eindrehen beim strom auffischen setze ich ganz gerne auf eine fest umlenkung das kann man natürlich hier mit so einer mit so einem drei bein realisieren oder mit einem bankstick oder irgendwas was festes geht einfach nur darum dass die die meisten fische natürlich strom abziehen also mit dem strom flüchten und wir dann am spot selber fast nichts mitbekommen mit so einer fest umlenkung auf weite distanzen gerade strom auf habe ich immer direkten kontakt zum fisch und kann dann halt auch wunderbar die bisher kennen wir haben wir sind ziemlich geile typen genau die kamera bist du happy ja 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 schön war es gewesen wir waren jetzt zwei tage draußen einmal ein bisschen flacher einmal ein bisschen tiefer was haben wir gefangen zwei fische keine großen so bis ein meter ungefähr wir hatten quasi vier aktionen ein abriss was lernen wir daraus keine billige schnur verwenden ist natürlich sehr schade drum beim nächsten mal scheppert bestimmt wir haben wieder viel gelernt und das resümee werde ich noch mal in einem bericht zusammenziehen also bis denn und petri heil dann bei das oder oder be